so hoffe mal dass das klappt ich habe versucht den stream zu starten ging alles gar nicht überhaupt nichts nix ging ja was ich null verstehen kann bei 1080p in der 5000 leitung ich verstehe echt nicht was das problem ist ich habe das so eingestellt dass es aber das war ja 320 spiel das war gar nichts da konnte man kein stream starten mit 300 spieler siehst du gar nix das nur pixel das ging so lala ich verstehe ich was warum ich verstehe nicht ich habe mich beschissen zur leitung habe ich kann auch hochladen dies und das und das aber auch streamen kann ich nicht ich verstehe es nicht wir werden heute die teile gucken packt mich das alles ab die soll gut sein wie paar sachen gesehen pigment 4 wurde angeteast und so mal schauen ja jetzt in mitten der nacht kommt auch die state of play ist alles ungünstig ich weiß nicht wieso ist halt warum das morgen werde ich auch dann pegi 18 ist laut ne so ja dann ist halt so ne ich meinen klaren kopf irgendwann mal machen aber jetzt gerade ist es schlecht we live on the continent of elios for realms surrounding a holy land at center 1000 years ago our lens and you're the vicious war with the fell dragon we called upon heroes from other worlds to eat us heroes known as emblems with them the warriors of our nation's spot as one in the end we were victorious in defeating and imprisoning the fell dragon in die jahre prestation geht 40 minuten also vielleicht ein bisschen über aber bis zu 40 minuten gehen ich denke mal die wird so gegen 19 uhr online sein das sind die ganzen anime games feier em naja in gage ach so sieht es wirklich schnell aus okay das ist ein strategie ding da ist schon mein auge an dir das ist Ich weiß es nicht, aber es wird so sein, wenn wir uns anliegen haben. Die Zeit kommt! Jetzt, als ein! Emblem? Engage! Please. One strike will decide it all. Please grant me your strength. She asked me to gather all of the rings and bring peace back to Elios. You can see that you can see it already. Okay. 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 Hey! Mal wird auch gehoert. Hallo zusammen. Hallo. Ich überlege sie heute. Das ist's. Das ist's. Das ist's. Das ist's. Das ist's. Das erste Mal. Das ist das erste Mal. Das ist's. Das war's. Das war's. Das war's. It takes two to tango. Ah, now it comes to the switch, okay, I got it. It takes two launches on Nintendo Switch November 4th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Yeah, Qualität sah ein bisschen schlechter aus, aber okay. Okay. Okay, da sieht ein bisschen quinnisch aus. Ich weiß nicht, ob was zu Pokémon gezeigt wird, aber ich glaube eher nicht, weil die Pokémon-Köpfe von zweier vorher... wird ja vorher nochmal ein Trailer gehabt. So... Oh la, die Flippi, puis je te main. So... So... Okay. Ich hab' ein paar Tabs schließen. Ah, das haben wir auch schon gesehen, ne? Ja. Soak up SpongeBob SquarePants, the Cosmic Shake, launching on Nintendo Switch next year. Ja. 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 Zuerst so einen guten Trailer und dann immer so kleine Dinger reinballern und am Ende dann halt krachen lassen. Zum Ende auch noch so langsam krachen lassen. Es gibt noch mehr Features, wie mehr Terrain effects, Weapon und Armour attributes und über 80 neue Skills, die von der ersten Spiel. Front Mission 1 Remake launches auf Nintendo Switch this November. Front Mission 2 Remake will launch on Nintendo Switch next year. Und in the future, ein Remake von Front Mission 3 will also launch on Nintendo Switch. Es ist eine Wunderbarkeit für eine neue Generation. After nearly 20 years of a beloved farming experience is reborn. Welcome back to Forgotten Valley. Hier, you'll manage a farm passed down to you by your father. Restore and expand your farm as you nurture crops care for your friendly animals and let the land flourish. Befriend the townsfolk while you're out and about in the valley. You might even meet your future partner and start a family. In this installment, those around you will grow older as time goes on. Their appearances will change over the years. Your child will also choose their career based on how you raise them. An especially wonderful farm life in Forgotten Valley lies ahead. Was ist das für ein schwarzes Ding da raus? Story of Seasons. A wonderful life launches on Nintendo Switch Summer 2023. Oh, Splatoon ne? Ja. Ist das nicht der dritte Teil jetzt raus? Das war ja ganz lustig in der ersten Game. Hier ist das Thema. Was würdest du auf eine deserrte Island bringen? Geer, Grub oder Fun? Ach, es gibt ein Turnier. Da bin ich eigentlich nicht, äh, nicht drin. Be on the lookout for more info in the future. Haha, Tinte, interessiert, ja, ja, Tinte, interessiert. Das ist gut, nix. Okay. Ah, okay. Äh, wie hieß es denn nochmal? Das haben wir auch schonmal gesehen, ne? Octopath? Ah, Octopath Traveler, ja, ja. Introducing a brand new game in the Octopath Traveler series. Eight new travelers embark on a journey through the land of Celestia. With that we could realize a world without conflict. Without bloodshed. I'm going to become a star. And bring smiles to people's faces. Just like Mama. I'm here in the row. I'll be back once I eliminate that devil called poverty from the world. The man who took everything from me shall die by my hand. Not again. Not this stench. The stench of blood. Doubt is what I do. Leave the hunting to me. We'll have all the tasty meat you want. I need to rediscover who I am. Explore a wide world set in a bustling era. Each traveler's path action differs between day and night. What will happen when their paths intertwine? What's that big world? Let's go, Temenos. Oh my. And what adventures await them in this new world? Ob ich morgens streamen weiß ich nicht genau. Das ist halt die ID von Xbox. Was? To tell. Where will their journeys lead them? And you. Octopath Traveler 2 launches on Nintendo Switch February 24, 2023. Ein magisches Haus ist für dich erwartet. Ein magisches Geheimnis in Fae Farm. Cultivate your homestead. And forge everlasting friendships in this farm simulation RPG. Discover magical spells to grow crops. Face off against mischievous foes. And explore the enchanted realms of Azoria. Along the way, you'll befriend a lively cast of characters who call this island their home. Tend and grow your fairytale farmstead solo. Or together with the four players and local or online multiplayer. By gathering resources and crafting items, you'll be able to customize your home. And enjoy this mesmerizing adventure even more. As the seasons change, new spellbinding surprises can be unlocked. That'll help you restore Azoria to its natural splendor. Magic awaits in Fae Farm. Launching exclusively on Nintendo Switch Spring 2023. It's a musical blast from the past. Vielleicht spielt hier auch, äh... Äh, wir werden mal gucken. Enjoy iconic songs, like one winged angel. Torn from the heavens. Ja, Brees of the Wild 2. Haniano, Metroid Prime 4. Bayonetta 3, was kommen soll. Mario and Ribbit's Sparks of Home, aber da haben wir von heute mal ja schon gesehen. Großen. Locally can complete stages in pair style, while up to four players can battle to the beat in online multi-battle. Theater Rhythm Final Barline begins its symphony on Nintendo Switch, February 16th, 2023. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. After the game's launch, pay DLC songs from the Saga series. Nier series. Octopath Traveler. Live Alive and more will be released. That's 90 additional songs. Plus, additions containing a season pass and 27 extra songs, including Melodies of Life, will be available. Mm-hmm. A cosmic adventure is just around the corner. Blast off on an adventure of galactic proportions with Mario and the Rabbids. Ah, lass so. Let's dive in at the moment, Rachel. Freely roamed through all sorts of wondrous worlds. Each one jam-packed with discoveries. Find coins. Unlock hidden paths. And help out the locals with their troubles. At shops, you can get items that'll come in handy during battles. After each quest or battle, your team will earn rewards and get stronger. Sparks are here to land a helping hand. Recruit up to 30 different Sparks, each with their own special powers and skills. They can help spark a decisive victory. Can Mario and the Rabbids put an end to the darkness? Mario Plus Rabbids Sparks of Hope launches on Nintendo Switch October 20th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. A gold edition can also be pre-ordered, containing the base game, weapons skins and a season pass. Einfach auf dem Ringsturm. Kanone. Restore peace between humans and monsters. Rune Factory 3 returns on Nintendo Switch. Take a break from quests to chat with the locals. Rune Factory 3... ...and care for monsters. Among other relaxing activities. You can also transform... In to a monster? Your abilities in battle and conversations with the locals will vary depending on your form. Your choices will also cause different events to occur. Plus, a brand new mode has been added to help you enjoy more quality time with your in-game spouse. Rune Factory 3 special launches on Nintendo Switch. next year plus a new rune factory series will launch in the future more nintendo 64 games are on the way also a old school dinge mario party alle erste mario party ok mario party 3 damals aussehen was die reise 4 zu 9 oder wie nennt man das 1080 snowboarding excitebike 64 these games will gradually be added in the future you can play a selection of nintendo 64 games and enjoy many more gaming benefits with an active nintendo switch online plus expansion pack membership oh and there's one more game we should mention james bond ok why not mix things up with these nintendo switch games live your best life on the newly discovered continent of antoisia in this immersive rpg perform over 100 types of daily tasks to build character and deepen your relationships with the locals in doing so you'll gain access to different job classes and abilities a grand adventure into the unknown awaits various daylight launches a nintendo switch later today a malfunction causes you to crash land on a strange planet build a new rocket from scratch in this management sim game scour the planet for materials then build machines to refine them into various resources eventually you'll construct multiple production lines like these but the planet's creatures will attack so keep them at bay factorio launches on nintendo switch october 28th a young girl named ib visits an art museum with her parents in this 2d exploration adventure she wanders through a busy gallery by the artist guertena until one particular piece draws her in will she be able to safely return to her own world every decision affects her fate in ib launching on nintendo switch spring 2023 okay mario strikers battle league football featuring action for up to eight players locally on one console is getting a second free update joining the roster are pauline a physical powerhouse with fast movements and strong tackles and diddy kong a midfield speedster with dazzling techniques and high pass accuracy plus more gear and another stadium are being added the second free update launches this month the final summer begins the final summer begins toある予感がした どこまでも眩しくて 想像しいあの夏が始まる そんな予感が when strange islands suddenly appear Ryza and friends set sail to investigate in order to protect their homeland from impending danger sprawling landscapes set the stage for your adventure freely explore this vast world and forge your own path in this charming rpg eleven heroes from all walks of life will join your party during battle work with your allies to activate various skills which can be swapped out when needed teamwork is paramount after all ah man wird's entspannender hallo so langsam kann man umschalten vier games davon so gibt ja atelier ryza 3 alchemist of the end and the secret key launches on nintendo switch february 24th 2023 is on the way here is a sneak peek at two courses racing into way 3 hey in the way 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 from mario kart tour immei karts 8 der 113 mittlerweile auch ausgewürürgte oder lang gibt's das schon schon zwei seine drei vier jahren peach gardens von mario kart ds genau alte strecken meine auch neue ein 8 Kursen werden in Wave 3 der Mario Kart Deluxe Booster Kurs Pass, die dieses Winter starten wird. Bist den Booster Kurs Pass separat oder es für keinen zusätzlichen Kosten, als Teil eines Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack Mitglieds. Wieso ist das? Hier habe ich einen Hinweis auf Nintendo Switch Sports. Ich werde es über die nächsten Prozess aufgelistet werden. Ich werde es über die Golfs verabschieden. Die All-Water-Mars-Mars-Mars-Mars-Mars-Mars-Mars-Mars-Mars-Mars-Mars-Mars-Mars-Mars-Mars-Mars-Mars-Mars-Mars-Mars-Mars-Mars-Mars-Mars-Mars-Mars-Mars-Mars. Und ich werde es vor allem mehr sehen sein. Es wird mir immer einen Moment weiter aus. Ich werde es zu spät werden. Aber ich werde immer noch länger machen. Ich werde es noch weiter zu verarbeiten. Und in der Früh, in der Nivea. Und das ist noch ein暄gestes. Ich werde es Ihnen noch so lange warten. Ich werde es noch hier einsch crisisいました. Ich werde ich das nächste Mal finden. Ich habe das mit mir bestellt. Es wird das mit ihm gemacht. wie alt sind die bitte alle so krass ich bin der w w w w w w Ja. Oh, Pikmin's here. Wir haben erst seit dem 11. Jahrzehntag mit Niantex begonnen, die mit dem Spiel des Spiels auf der Welt gespielt haben. Wir haben noch nicht mehr gehört, oder? Pikmin-Bloom ist ein Spiel mit den Einstellungen, die aus dem Weg zu gehen, die Pikmin zu finden und zu vermitteln. Es ist nur ein Spiel zu gehen. Kulose oder überbundet ihr simples, wenn ihr geflüssigst und mit einem Schalter in den �amen mitzul 싣zenden und mit Wowge commandments Das war es deshalb auf die encountered-dechung. Das ist ihr, wenn ihr euch vorradiert ist. Du könntest, wenn ihr euch dort einen Schwerfen und schnosnen den Garten. Ihr Kind noch dort, dass wir Ihre Seine. Aber ich habe einen Moment, wir schauen uns. Sie sind 700 km hierem unterwegs. Sie sind sehr geniegt. Sie sind sehr geniale Sh dependency. Sie voir江flächstein, den Sie sich die Hälfte aufnehmen. Das Helio weiß man das, den Tag-Espfel, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 jetzt hat immer kein release aber dieses jahr kommen aber ich hätte es auf november 22 november die Als du eine friedliche Leben in der Village of Lethe kultivieren, der Seizung der Todesquietes wird immer wieder zurückgekehrt, schrecklich zu zerstören. Gehe den Welt und find ein Weg, um ein Ende zu der Kalamität in diesem RPG-Simulation. Along der Weg, die Mitglieder mit verschiedenen Motiven, werden deine cause joinen. Während du numerous Gefahr, du beginnst zu herausfinden, über die Wahrheit in diesem dunkelten Welt. Nach dieser Präsentation, eine Demo, mit den ersten Zeitungen der ersten Saison des Herbstes, wird disponible auf der Nintendo eShop. Die Daten zu verabschieden werden, in den vollen Spiel, als erstes verabschieden. Harvestella wird auf der Switch auf der Nintendo Switch, November 4. Oh, Bayonetta. Bayonetta, Adrey! After 500 Jahre, Umbra witch Bayonetta was revived in the present day. In the first Bayonetta game, she clashed with angels to recover her lost memories. And in the second, confronted demons to save her best friend. Now, in this third installment, she'll fight to protect the world from the sudden invasion of man-made bioweapons called Homunculi. Don't worry, I know this song by heart. She's gone from fighting for herself, to fighting for others, to fighting for the world. Those who have overcome their past histories with Bayonetta to fight alongside her, including the journalist Luca. and another Umbra witch Jean. New ally Viola also joins in on the action. Wipe down for good! A hair-raising. Demon summoning. Globetrotting adventure awaits. In Bayonetta 3. Launching on Nintendo Switch October 28. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. After today's Nintendo Direct, a new trailer, delving more into gameplay, will launch on our official YouTube channel. A dark fantasy mystery abounds from the creators of Danganronpa. Danganronpa. That's your sweet. Hey! Look at the sweet vibes. The decisions remain unsolved in this corporate-controlled metropolis. Those who investigate are called master detectives, who come from all around the world. Meet Yuma, an amnesiac detective, and Shinigami, the spirit haunting him after their pact. Dive into these unsolved cases as a trainee at the detective agency. Thoroughly inspect each crime scene to gather clues and evidence. When you're ready, Shinigami will conjure a realm tying the crime scene to the truth. A mystery labyrinth. Overcome obstacles and manifestations of mysteries to edge closer to the actual events. However, mystery phantoms will attempt to hinder your progress during each case. Avoid their barrage of falsehoods and slash through contradictions. Uncover the secrets of master detective archives, Raincode. Launching first on Nintendo Switch Spring 2023. Okay. I'm going to the film, if you dare. The latest installment in the Resident Evil series is coming to Nintendo Switch as a cloud version. Und die bringen mal so Spiele raus, die aber schon ein bisschen älter sind. Even in Winters must face the horrors of the village and its four fearsome Lords to rescue his abducted daughter. Also die bringen kein Spiel raus, Was aber die äh... Resident Evil Village Cloud launches on Nintendo Switch October 28. Meiner Switch Switch halt. Verfliebbar. You can download and try out the free demo today on Nintendo eShop to preorder the full game. The Winters Expansion DLC containing a new third trust code. Additional story content and more will launch December 2nd. 2. Dezember. 3 other recent entries in the Resident Evil series will be available as cloud versions on Nintendo Switch this year. 28. Oktober stehen. Vanquish foes to avenge your father in this Kung Fu action brawler. By thrusting, tripping and parrying opponents, you'll break their stance and gain the upper hand. Fall in combat and you'll get older and weaker. In turn, however, you'll learn new techniques to complete your mission. Can you exact revenge before your time runs out? Sifu pummels its way onto Nintendo Switch November 8. Preorders begin today on Nintendo eShop. Preaceutest series characters at the end of the game. Preangers the events leading up to Final Fantasy VII in this exhilarating action RPG. Zac Fair is a young and ambitious soldier operator, aspiring to become hero. Zusammen mit Sephiroth und Cloud, er investigiert äh halt für Switch. Von Final Fantasy werden wir heute Abend auch noch was sehen. Oder bei mir halt morgen früh. Und die wird glaube ich auch nur 20 Minuten gehen, von daher kann man das schnell aufnehmen und dann hochladen. Ich höre ein bisschen früher ausstehen, aber es geht ja. Derelex Spacestation in this roguelike game set in the Endless Universe. Aber es ist nicht so einfach wie es so ist. Du musst fend auf kontinuierende Wände von Monstern, als du deinen Weg durch Procedurally Generated Levels generiert. Komplett verschiedene Quests, um neue Heros, Weapons, Station Areas und mehr. Up zu drei Spieler in Online Co-op können versuchen, zu erinnern ihre Grimm-Fate. Hast du was es braucht? Endless Dungeon launches on Nintendo Switch next year. The journey of world regeneration begins anew. Remaster of Tales of Symphonia is coming to Nintendo Switch. The world of silver launches is controlled by shadowy forces called the science. To stop them, a person known as the chosen one, muss jetzt auch beide seine sein, ne? Ist das gleich 40 Minuten? Also, seitdem wir eingestellt haben. und seine Kindheit in this beloved action-RPG. Sie treffen sich alle zusammen, wie die wanderning aristocrat, Zellos, und ein Lumberjack, der hat ihre Emotionen, nach einem Experiment, Prisea. Other allies will also join the party. The fate of two interconnected worlds hangs in the balance. Tales of Symphonia Remastered begins its journey on Nintendo Switch early next year. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Wenn so Sachen sind wie das da, das dich nur interessiert. Ist aber jetzt auch gleich vorbei. Sechs Minuten. Kirby's Return to Dreamland Deluxe is coming to Nintendo Switch. Mhm. One day, a spaceship crash lands on planet Popstar. Für Kirby gibt's auch was, aber für die ganzen Friends gibt's, ist es cool, dass man wie das, äh, zu sehen bekommt. Es fehlt nur noch Mario ein paar Sachen. Neue Kart oder Mario, äh, die Super Mario einfach, neuer Teil. Egal. Und noch Zelda. Animal Crossing ist glaube ich zu früh, ne, für ein neues. Kam ja. Okay, ist schon zwei, drei Jahre alt, ne. Aber die brauchen ja immer, ne. Ist ja nicht so immer, dass jedes Jahr ein Spiel rauskommt von denen. Kirby. All Sub-Game can be played with up to four players. Ist aber geil, wenn er im Pokopark, das wär geil. Sowas wieder zu haben. An adventure of deluxe proportions. Ja steve agai. Kirby's Return to Dreamland Deluxe launches on Nintendo Switch February 24th, 2023. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Okay. Okay. Das würde ich sagen, oder? Ja, ja, das ist der Zayda. Da sind die Goblins. Ah, das ist Breeze of the Wild 2 und dann ist glaube ich Schluss. Ja, war da entspannt, ne? Es waren mehr als 20 Minuten gewesen. Ja, normal bei 46, aber die hatten wir noch später eingeschaltet und die haben 44 Minuten. Vielleicht zocken wir das auch. Wir haben in den ersten Jahr gezockt, aber mal gucken. Je nachdem, ob wir noch Platz haben. Weil die sind immer zeitaufwendig, solche Spiele. Okay, was ist das denn? Zayda? Tears of the Kingdom? Hey. Okay. Das heißt jetzt Tears of the Kingdom. Okay. Wann kommt das denn? Warte mal. Oha. Es gibt sogar ein Datum, warte. Ich schreib mir das drauf mal auf. Das heißt aber ganz anders. Gears of the Kingdom. The Kingdom. 12. 15. 15. 15 ... so dauert zwar noch ein bisschen aber mal gucken das war es ja war ganz unterhalten guck mal so noch mal ob hier noch irgendwas ist aber ich glaube nicht war alles ja ich habe hier ein bild noch interessant warte mal ob das stimmt oder nicht es kommt noch das war mal hier das das ist noch ein teil dann haben wir hier super mario odyssey 2 wäre interessant donkey kong country kristallize it und fire emblem heathens bound für nächstes jahr das also auf super mario odyssey 2 würde ich mich freuen ob das stimmt weiß ich nicht müssen wir mal schauen ich würde sagen wir sehen uns dann morgen bei der state of play haut rein bis dahin ich werde es auch direkt hier auf meinen kanal hochladen bis gleich ups heute Abend auch noch mal ab dann dann Vielen Dank.